Wieder in die Control Room. Entschuldigung. Wir müssen dann die Vorschau starten. Wunderbar. Wenn du die Zeit hast, um den nächsten Kampf zu markieren. Wunderbar. Jetzt macht er das Fenster aus. Jetzt gehen wir gleich das neue Tag wieder. Wieder in die Control Room. Entschuldigung. Wir müssen dann die Vorschau starten. Wunderbar. Wenn du die Zeit hast, um den nächsten Kampf zu markieren. Ich freue mich. Jetzt macht er das Fenster aus. Jetzt gehen wir gleich das neue Tag wieder.